hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von animal crossing an der krims krams kiste im service center darf sich jeder ganze nach beliebt dem tägliches nachsehen lohnt sich unter garantie ja jetzt bräuchte ich ja ich hab gar kein jesam ist hier so gut wir haben post dieses stück wird ich warm halten eigentlich ohne dich immer zum schützen zu bringen okay cool danke ist nie arti arti es war ja Ja. Okay. So. Okay. Mein Charakter darf jetzt heute auch ein Prinzessinnenkleid oder ein Lolita-Kleid anziehen. Yay! Wenn ich Musik höre, weiß ich Entspannung. Ja. Umziehen. So. Nee, wir haben was viel schöneres als ein Begleiter. Eigentlich passt schon sowas. Sollen wir es in Blau anziehen? Ja, oder? Wir haben eine schöne bunte Schleife drin. Oh, ich habe irgendwie Bock gerade auf Hasenohren. So. So, ich bin rosa-lila. Nee, es muss zum Kleid ein bisschen passen. Meine Schminke passt sehr gut zu meinem Kleid, finde ich. Nein. 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 Okay, es ist alles. Ich weiß, ich hätte mir heute keine passende Schleife. Ah! Nicht schneller. Ich weiß, keine deskertifischen Schleife. Ich habe immer... ... 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 da lasse ich mal meinen charakter ohne das ist mache ich gerne ja ich kann jetzt so lange dafür angezogen das ist jetzt gerade ich ziehe mich jetzt nicht noch mal um so ich bin jetzt riemchenschuhe außerdem habe ich mich heute schon umgezogen bist du spät gekommen einmal uns im brust wie geht's dir denn schön dass du da bist mein charakter ist irgendwie deutlich blauer geworden als ich aber das ist okay was ist mit das kopf ach so dankeschön ich würde sagen wir erst mal kleider shoppen ich 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 glaube das hammer nicht. So. Da. Crossing. Katalog. Suche nach Namen. Langen Arm. Okay, das haben wir noch nicht. Eigentlich glaube ich bin heute auf Krautschlupse. Logo kochen. Also der Tisch ist irgendwie... Die Tür ist schon irgendwie praktisch. Ich kann jetzt den Controller einfach hier auf den Schoß legen. Logo. Jetzt machen wir mal die Socke. Von den Achteckbrillen haben wir glaube ich auch schon alle. Ja. So, willkommen zurück, Paul. So, die haben wir noch. Ah, die Gelde fehlt noch. So. Obstraktstrümpfen. So. Nicht die Tapete, die Strümpfe. So. Und. Die da fehlt noch. So. Dann noch Schuhe. Kunstfilmstiefel. So. Grau. Schwarz. Rosa. Grün. Bier. Marienblau. Okay, dann gucken wir mal nach den Pantoffeln. Von den Schuhen haben wir ja auch schon einiges. So. Grau. Rot. Gelb. Grün. Marineblau. Da fehlen uns noch die hellblauen hier. So. Gut. Ta-da-da. Ta-da. So. Hm. Guckt mal, habt ihr gerade gesehen? Hat jemand einen Clip gemacht? Das, das, äh, ähm. Haus hat hm gesagt. So rum. Da. 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 Wir holen uns jetzt die Kuchen-Getrena. Wann hab ich das letzte Mal Kuchen gegessen? Jetzt hab ich grad voll Lust auf Kuchen. Da. 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 Und dann noch ne Tasse. Kuchen und Tasse. Kaffee im Kuchen. So. Was holen wir uns denn heute Schönes? Votals. Oh mein Gott. ärie parte. Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja Also, Olli, ich hab dir deine Channel Points übrigens wieder zurück. Every Party, noch nicht Partsy. Gibt's mehrere Partys? Ich dachte, es gibt immer nur ein Partsy. So. Kann ich auf diese Kuchenvitrine diese Tasse draufstellen? Schade, nein, leider nicht. Echt nicht. Na, hier gibt's Kuchen. Ähm. Wegpacken, dann packen wir halt jetzt die Tasse weg. Hören wir mal gleich unsere Quest. Oh, Bella. Na, jawohl, Gott sei Dank, weil Partsy ist ein Unikat und soll er auch bleiben. So. Am 13. Januar. So, dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los. Okay, sprich mit deinen Nachbarn, lass uns das eh bestimmen, gestalte Dinge um, Top-Ankauf und Obst. Okay. Ähm. Achso, okay, gut. Dann hab ich's nur negativ interpretiert. Ja. Wir mögen unseren Unikat Partsy. Ich vermisse ihn auch grad schon wieder. Wo ist er denn eigentlich? Sprich mit deinen Nachbarn. High-Tender. Okay, gut. Dann haben wir schon mal erste Ferdisch. So. Dann Possilien. Okay. 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 Oh, ich muss mich nachher schon wieder strecken. Mach mal, wenn wir die Davies fertig haben. Okay. Ich bin keine Problematik. Ich bin da irgendwie gerade profession. Okay. 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 Was hab ich denn jetzt da weggeräumt? Michelle hat bald Geburtstag. Habt ihr ne Idee, was wir ihr schenken können? Ich find grad keiner vorsehen, das ist ja faszinierend. Jetzt laufen wir mal durch die Mitte hier. Okay, wie geschossen. Bei dir gerade Kirmas. Aber herzlichen Glückwunsch, freut mich für dich. So, ah. So, es fehlt noch ein Fossil. Habt ihr noch irgendwo ein Loch am Boden gesehen? Ich hab vorhin... Ach so, bei Ebay. Ja, sehr schön. Ah, okay. Glückwunsch! Sehr schön. Oh, perfekt. Wir haben unsere drei Fossilien. So. Perfekt. Ah. Jetzt find ich sie gerade alle. Was ist das für ein Brettspiel? Also... Ähm. So. Ähm. So. Ähm. Ähm. Okay. Na dann. Ich hab letztens auch was auf Vintage geholt und ähm hab auch aufgerundet. So einfach. Okay. So. Nächste Daily ist fertig. Dann gucken wir mal. Was wir denn verkaufen müssen und gucken ob wir das umgestalten können. Dann hätten wir nämlich... Vielleicht bei Ebay Kleinanzeigen. So. Getränkekistentisch oder einen Muschelspringbrunnen. Okay. Getränkekistentisch oder einen Muschelspringbrunnen. Okay. Hä? Hä? Oh, die Bäume ist nicht mehr dekoriert. Hä? 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 Nein. Oh mein Gott. So, Getränkekisten. Hallo, Huera. So, Getränkekisten-Tisch. Wo sind denn erstmal die Getränkekisten? Was für ein Sound im Hintergrund, meinst du? Von Animal Crossing vielleicht. Da läuft gerade ein Radio. Dieses, hm? Achso, das ist ein Vogel. Muschelspringbrunnen. Wo ist der denn? Ich würde sagen, diesen Muschelspringbrunnen, den hab ich tatsächlich nicht. Ha. So. Und was brauchen wir noch? So einen Tränketisch. Ja, das ist jetzt doof, ne? Das können wir unsere Dailies gar nicht machen, weil ich die Sachen nicht hab. Ich hab einen normalen Springbrunnen, aber keinen Muschelspringbrunnen. Und auch kein Getränke. Stapel, Tisch oder so. Hm. Okay, ich bräuchte noch ein paar Rezepte, seh ich schon. Hm. Tof. Hm. ja jetzt können ja unsere tag ist gar nicht machen aber immer jetzt müssen wir schon mal ich brauche auf jeden fall noch rezepte von dem getränkekistentisch und von dem muschelspringboden was haben wir denn noch für verkaufe obst gestaltet dinge um gibt ständig aus dem sachen zu verkaufen und dann schreibe ich mal in diesem anime crossing das kopf selber was denn in deutschen Ach, dass mir diese zwei Anleitungen noch fehlen. Vielleicht hat die jemanden und möchte sie mir verkaufen. So, ähm, genau. Jetzt gehen wir mal zu den Früchten. Hast du schon Getränketisch, äh, Getränkekistentisch und Muschelspringgrund? Seriously? Haben wir noch. So, so ist eigentlich Skull. Man soll sehen, dass ich hier mein Loch wieder zugegraben habe. So, so ganz schön. Okay, dann verkaufen wir hier. So, 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 so. Tja, ist doof gelaufen. Das wird hohe Lingo. Ich lese nochmal, nicht dass ich das falsch gelesen habe. Getränkekisten? Hm. So, warte mal. Wir können aber noch einen Baum pflanzen. Dann hat man unsere Axt wieder. So, warte mal. So, warte mal. Wir machen das jetzt mit der Abstimmung. Ich meine, ich konnte es ja nicht machen. Andererseits... Ja. Keine Ahnung, wie man das jetzt am färsten macht. Also, eigentlich so gesehen habe ich es nicht geschafft. Ja. So, warte mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020